Ja, grüß dich. Ich habe nun mal einen ganz interessanten Text entdeckt in meinen Aufschreibungen. Und da geht es darum, das Auge des Hörikens ist das Leben. Stell dir das einmal vor, wenn das Auge des Hörikens das wirkliche, wahre Leben ist und nicht das Außen rundherum. Was würde das für dein Leben bedeuten, wenn du auf dein Inneres, auf die Ruhe in deinem Inneren achten würdest und nicht immer auf das Getue im Außen? Ich wünsche dir, dass du das Auge deines Hörikens bist. Alles Liebe.